Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Terraria. Immer noch mitten in der Nacht. Gemütliches Feuer. Lebensregeneration verbessert sich leicht. Aha. Also ich wollte mal gucken, ob wir noch das Heim verbessern können, irgendwie. Entschuldigung, wenn ich vielleicht manchmal nicht viel erzähle. Aber ich glaube, ich habe oft genug gesagt, dass ich nicht oft rede. Oder nicht viel, besser gesagt. Jetzt machen wir uns mal so eine Bistungsstatue. Mal gucken, ob wir damit was anrichten können. Hier im Heim können wir aber anscheinend nichts machen. Und wir werden noch nicht rausgehen, solange es nicht her wird. Sobald mein Leben nicht besser ist, werde ich das nicht machen. Ich versuche auch jetzt mal heute erkunden zu gehen ein bisschen. Kann man den irgendwie da dran machen, oder so. Schaut ja nicht. Ich muss immer noch rausfinden. Ah, so macht man das. Dann kann ich mir ja jetzt auch mehr Rüstung machen. Kann man sich vielleicht sogar Steinrüstung machen? Das hier vielleicht sogar noch mal vom Vorteil. Kann man das direkt hier da ansetzen? Ja. Ja. Fantastisch. Jetzt bin ich, hoffe ich, geschützter. Wir warten trotzdem noch mal die Nacht ab. Wenn man wüsste, wo der Mond ist. Wir müssen auf jeden Fall noch rausfinden, wie man sich ein Bett machen kann. Ob das hier... Ah, anscheinend wird's hell. Ja, die Musik verändert sich. Und die Monster kommen alle wieder zu Maxwell. Die sollen alle seine Freunde sein. Soll ich dir mal helfen kommen, Maxwell? Soll ich dir mal helfen kommen, Maxwell? Am ersten Mal... Werde ich noch? Die Blumen verteilen. 30 Fockeln hab ich. Dankeschön, Maxwell. Was möchtest du? Sei gegrüßt, Peat. Gibt es etwas, was ich für dich tun kann? Herstellen. Nein, gibt's nicht. Naja. Wir werden heute ein bisschen erkunden... gehen. Und uns das erste Mal... Das wollten wir ja auch machen. Jede Menge... Stein holen. Das heißt, die werden heute ein bisschen Stein klippen. Hat er sich jetzt gerade selbst umgebracht, das Schleim? Du kommst hier eh nicht hoch. Ich würde es lassen, wenn ich du wäre. Jetzt erzähl ich schon ja nicht so viel. Tut mir echt leid. So. So. Da dürfte ich locker drankommen. Hm. Das wird nix. Wir wollen ja nicht runterfallen und uns unnötig. wehtun. Also eigentlich hätte ich ja vor, heute ein bisschen die Höhe zu erkunden. Das letzte Mal hatten wir vier nämlich, also ich nicht meine Schwester eher, eine kleine andere Gegend erkundet, worauf in sie gestorben ist. Die wollte ich mir eigentlich gerne ansehen. Was ist das? Was lief da gerade im Berg hoch? Mal gucken. Ja. Schaff ich. Mal gucken, ob ich da jetzt wieder... Super. Gut. Da werde ich eben auch noch eine Föcke anbringen. So. Damit das hier alles ein bisschen beleuchteter ist. So. Heute machen wir mehr so Arbeiten hier drin, würde ich sagen. So. Hm. Hm. Das wird nix. Ich mag dieses Spiel. Kommt zu Globen wahrscheinlich. Aber... Ich spiele schon gern Minecraft. Mit allem drum und dran mittendran. mit Bauen und so weiter und so fort. Eher Bauen als Survival. Deswegen... Hab ich gesagt. Okay. Terraria spielen wir auch. Kommst hier nicht hoch. Kommst hier nicht hoch. Kommst hier nicht hoch. Ah. Das zieht sich hier runter. Ihr wartet nur auf mich. Kann es sein? Äh. Hier hängt es an dem Block fest. Wir sammeln jede Menge Stein ein. Ja. Bestimmt. Ist das nützlich. So. Hier auch noch? Ja. Hier auch noch. Was war das? Das baue ich eben ab. Ist sowieso nicht ganz nützlich. Vielleicht nur für eine Sache. Ach. Kommen wir nicht dran. Ja. Das war nicht ganz logisch. Wie kommt hier nicht hin? Oh nein. Oh. Da vorne ist ein Tüpfchen. Und das alles hier ein bisschen auszuleuchten. Kommst hier nicht hin. Kommst hier nicht hin. Hüpfer. Eigentlich wollte ich ja bis es dunkel wird schon bei dem neuen Land sein. Daraus wird jetzt wohl nix. Ich hab das nicht alle drei da festgehakt oder? Ja. Ach. Seid ihr blöd. War ja wohl klar. Tschüss. Was sagt das Wetter? Abgesehen von dem Regen. Die Sonne steht noch in der Mitte. Ja. Dann binden wir immer mal die Folge. Hat mich sehr froh. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.